Keanu Reeves wird allgemein als einer der ikonischsten Schauspieler des 21. Jahrhunderts verehrt, der für seine vielseitigen Darbietungen Anerkennung gefunden hat. Von der komödiantischen Brillanz in Bill & Ted's Excellent Adventure bis zur bahnbrechenden Rolle des Neo in der Matrix-Trilogie. Seine Präsenz auf der Leinwand hat das Publikum stets gefesselt und es in weltenvoller Abenteuer, Introspektion und packender Dramen entführt. Doch jenseits der glänzenden Lichter Hollywoods war Reeves persönliches Leben von tiefgreifenden Herausforderungen und Herzensschmerz geprägt. Trotz seiner beruflichen Erfolge blieb er von persönlichen Tragödien nicht verschont, die Schatten über sein Leben warfen. Welche Tragödien hat er erlebt? Warum entschloss er sich, darüber zu sprechen? Im Alter von 59 Jahren gesteht Keanu Reeves schließlich, was wir alle vermutet haben. Keanu Charles Reeves ist ein vielseitiger kanadischer Schauspieler, Musiker und Autor, dessen Karriere im Bereich Unterhaltung über vier Jahrzehnte umfasst. Zu seinen bemerkenswerten Erfolgen gehören die Auszeichnung als viertbester Schauspieler des 21. Jahrhunderts durch die New York Times im Jahr 2020 und die Anerkennung als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt durch das Time-Magazin im Jahr 2022. Reeves ist vor allem für seine Hauptrollen in Actionfilmen, seine zugängliche öffentliche Persönlichkeit und seine umfangreiche philanthropische Arbeit bekannt. Reeves wurde in Beirut, Libanon geboren und wuchs in Toronto, Kanada auf. Seine Schauspielkarriere begann 1984 mit der kanadischen Fernsehserie Hangin' In, gefolgt von seinem Debüt im Spielfilm Youngblood im Jahr 1986. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Science-Fiction-Komödie Bill & Ted's Excellent Adventure von 1989, die er in der Fortsetzung Bill & Ted's Bogus Journey wiederholte. Er erhielt viel Lob für seine Rolle als Stricher in dem independent Drama My Own Private Idaho und festigte seinen Status als Actionstar mit Hauptrollen in Point Break und Speed. Trotz einiger Box-Office-Enttäuschungen erhielt Reeves großes Lob für seine Leistung im Horrorfilm The Devil's Advocate. Seine Karriere erreichte neue Höhen mit der ikonischen Rolle des Neo im bahnbrechenden Film The Matrix. Reeves erzielte beispiellosen Erfolg und wurde zum bestbezahlten Schauspieler für eine einzelne Produktion, als er als Neo in den Fortsetzungen The Matrix Reloaded und The Matrix Revolutions zurückkehrte, die beide 2003 veröffentlicht wurden. Neben seiner Arbeit in der Matrix-Reihe spielte Reeves die Rolle des John Constantine in Constantine, trat im romantischen Drama The Lake House auf und übernahm Rollen im Science-Fiction-Thriller The Day the Earth Stood Still und im Krimi Street Kings, beide 2008 veröffentlicht. Er gab sein Regiedebüt mit dem Spielfilm Man of Tai Chi. Nach einer Phase mit weniger kommerziellem Erfolg erlebte Reeves ein bedeutendes Comeback mit seiner Rolle als Titelheld in der John Wick-Filmreihe, die 2014 begann und bis heute fortgesetzt wird. Diese Rolle belebte seine Karriere neu und führte zu weiteren bemerkenswerten Auftritten. Er spielte eine fiktionalisierte Version seiner selbst in der romantischen Komödie Always Be My Maybe, sprach Duke Caboom in Toy Story 4 und brachte Johnny Silverhand im Videospiel Cyberpunk 2077 und dessen Erweiterung zum Leben. Reeves wiederholte auch seine ikonischen Rollen in Bill & Ted Face the Music und The Matrix Resurrections. Reeves ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein engagierter Musiker. Er vereinigte sich wieder mit seiner Band Dogstar und tourte, wobei sie ihr erstes Album seit über zwei Jahrzehnten Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees veröffentlichten. Seine kreativen Aktivitäten erstrecken sich auch auf das Schreiben. Er schuf die BRZRKR-Franchise, beginnend mit einer Original-Comic-Buchreihe von 2021 bis 2023 und erweiterte sie um zahlreiche Spin-Offs. Darüber hinaus schrieb Reeves mehrere Bücher, darunter zwei mit seiner langjährigen Partnerin Alexandra Grant und das BRZRKR-Spinoff »The Book of Elsewhere« mit China Meville. Als begeisterter Motorradfahrer gründete Reeves die Custom-Motorradmanufaktur ARCH Motorcycle. Er gründete auch die Produktionsfirma Company Films zusammen mit seinem Partner Stephen Hamill. Hat seine Kindheit irgendwie seine Karriere und seine Persönlichkeit beeinflusst? Finden wir es heraus. Keanu Reeves wurde am 2. September 1964 in Beirut, Libanon, als Sohn von Patricia, einer Kostümdesignerin und Schauspielerin, und Samuel Nolan, Reeves Jr. geboren. Seine Mutter stammt aus Essex, England, während sein Vater, der eine vielfältige Herkunft einschließlich hawaiianischer, chinesischer, englischer und portugiesischer Abstammung hat, aus Hawaii kommt. Reeves' Großmutter väterlicherseits war hawaiianischer und chinesischer Abstammung. Patricia arbeitete in Beirut, als sie Samuel traf, der die Familie verließ, als Keanu erst drei Jahre alt war. Das letzte Mal, dass Reeves seinen Vater sah, war, als er 13 Jahre alt war, während eines Besuchs auf der hawaiianischen Insel Kauai. Nach der Scheidung seiner Eltern im Jahr 1966 zog Patricia die Familie nach Sydney, Australien, und später nach New York City. 1970 heiratete sie Paul Aaron, einen Broadway- und Hollywood-Regisseur. Die Familie zog nach Toronto, Kanada, doch Patricia und Paul trennten sich 1971. Mit neun Jahren nahm Reeves an einer Theaterproduktion von Damn Yankees teil. Trotz der Trennung hielt Paul Aaron weiterhin engen Kontakt zu Reeves, bot ihm Unterstützung und half ihm, einen Job am Hedgerow Theater in Pennsylvania zu bekommen. 1976 heiratete Patricia Robert Miller, einen Rockmusikpromoter, doch ihre Ehe endete 1980. Trotz dieser Veränderung wuchsen Reeves und seine Schwestern hauptsächlich im Stadtteil Yorkville in Toronto auf, oft unter der Obhut einer Nanny. Reeves' Erziehung wurde durch sein multikulturelles Erbe beeinflusst. Er schaute britische Comedy-Shows wie The Two Ronnies und übernahm englische Umgangsformen von seiner Mutter, die er bis heute beibehält. Auch sein chinesisches Erbe spielte eine Rolle in seiner Erziehung, da er von chinesischer Kunst, Möbeln und Küche umgeben war. Reeves beschreibt sich als privates Kind und besuchte vier verschiedene High Schools, darunter die Etobicoke School of the Arts, von der er wegen seines etwas zu ungestümen Verhaltens und häufigem Herausfordern der Autorität verwiesen wurde. Reeves hat Legasthenie, was das Lesen erschwert und seine Leistungen als Schüler beeinflusst. Am De La Salle College glänzte Reeves als Eishockey-Torwart und hatte den Wunsch, für das kanadische Olympia-Team zu spielen. Doch im Alter von 15 Jahren entschloss er sich, Schauspieler zu werden. Nach seinem Verlassen des De La Salle College besuchte er die Avondale Secondary Alternative School, die es ihm ermöglichte, seine Ausbildung fortzusetzen, während er als Schauspieler arbeitete. Reeves brach schließlich mit 17 Jahren die High School ab. Mit Hilfe seines amerikanischen Stiefvaters erlangte Reeves eine Green Card und zog drei Jahre später nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere zu verfolgen. Trotz seiner internationalen Erziehung und Karriere besitzt Reeves nur die kanadische Staatsbürgerschaft. 1984 begann Keanu Reeves seine Karriere in der Medienbranche als Korrespondent für das Jugendfernsehprogramm Going Great beim Canadian Broadcasting Corporation CBC. Im selben Jahr gab er sein Schauspieldebüt in einer Episode der Fernsehserie Hangin' In. Reeves' frühe Schauspielkarriere umfasste eine Vielzahl von Rollen. 1985 spielte er Mercutio in einer Bühnenproduktion von Romeo und Giulia im Leoposlons Theater in North York, Ontario. Er setzte seine Bühnenarbeit mit Auftritten in Brad Frazers Kult-Hit Wolf Boy in Toronto fort, was seine Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis stellte. Reeves trat auch in mehreren Werbespots und Kurzfilmen auf. Erwähnenswert ist sein Auftritt in einem Coca-Cola-Werbespot von 1983 und seine Hauptrolle im National Film Board of Canada, NFB-Kurzfilm, One Step Away. Trotz seines wachsenden Portfolios stand Reeves zu Beginn seiner Karriere vor Herausforderungen. Seine Agenten schlugen vor, einen anderen Namen zu verwenden, da Keanu als zu ethnisch galt. Kurzzeitig nutzte er die Initialen K.C. oder den Namen Casey Reeves, bevor er schließlich zu seinem Geburtsnamen zurückkehrte. 1986 begann Reeves, sich auf Fernsehfilme zu konzentrieren und trat in NBCs Babes in Toiland, Act of Vengeance und Brotherhood of Justice auf. Er gab auch sein Spielfilm-Debüt in Peter Markle's Youngblood, in dem er einen Torwart spielte, und in dem Low-Budget-Romanzen-Drama Flying. Eine seiner bedeutenden frühen Rollen war im Krimidrama River's Edge, in dem er Matt spielte, einen Schüler, der mit einem Mordfall kämpft. Der Film, der Lose auf dem Mord an Marcy René Conrad im Jahr 1981 basiert, wurde 1986 beim Toronto International Film Festival gezeigt und erhielt positive Kritiken. Janet Maslin von der New York Times lobte die Darbietungen der jungen Schauspieler und bezeichnete Reeves als Bewegend und Sympathisch. Im Laufe der 1980er Jahre spielte Reeves in mehreren Dramen, die sich an Teenager richteten. 1888 übernahm er die Hauptrolle in The Night Before, einer Komödie an der Seite von Lori Loughlin, und spielte in The Prince of Pennsylvania und Permanent Record. Obwohl Permanent Record gemischte Kritiken erhielt, wurde Reeves' Leistung von der Variety für ihre Tiefe und Entwicklung während des dramatischen Verlaufs hervorgehoben. Außerdem übernahm er 1988 eine Nebenrolle in Dangerous Liaison, einem Film, der sieben Nominierungen bei den 61. Academy Awards erhielt und drei davon gewann, darunter Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Kostümdesign und Beste Ausstattung. Reeves' Durchbruch kam 1989 mit Bill & Ted's Excellent Adventure, in dem er einen zeitreisenden Slacker namens Ted spielte, der zusammen mit seinem Freund Bill, dargestellt von Alex Winter, historische Figuren für eine Schulpräsentation sammelt. Der Film war sowohl kritisch als auch kommerziell erfolgreich und spielte weltweit 40,5 Millionen Dollar ein. Rotten Tomatoes verlieh dem Film eine Genehmigungsrate von 79% und lobte Reeves' und Winter für ihre charmanten und albernen Darbietungen, die das Zeitreiseabenteuer angenehm machten. Im selben Jahr trat Reeves in der Komödie Parenthood unter der Regie von Ron Howard auf. Der Film erhielt eine positive Bewertung von Nick Hilditch der BBC, der ihm drei von fünf Sternen verlieh und ihn als Feel-Good-Movie mit einer großen unterhaltsamen Ensemble-Besetzung beschrieb. 1990 setzte Reeves seine Rollenvielfalt fort, indem er einen inkompetenten Auftragskiller in der schwarzen Komödie I Love You To Death spielte und Martin, ein Mitarbeiter einer Radiostation in der Komödie Tune In Tomorrow darstellte. Er hatte auch einen bemerkenswerten Auftritt in Paula Abduels Musikvideo zu Rush Rush, das ein Rebel Without A Cause Thema hatte, wobei Reeves eine Rolle übernahm, die an James Dean erinnerte. 1999 spielte Keanu Reeves in dem bahnbrechenden Science-Fiction-Film The Matrix, dem ersten einer Serie, die ikonisch wurde. Unter der Regie der Warkowskis spielte Reeves Thomas Anderson, einen Programmierer und Hacker, bekannt als Neo, der entdeckt, dass die Menschheit in einer simulierten Realität gefangen ist, die von intelligenten Maschinen geschaffen wurde. Zur Vorbereitung auf seine Rolle las Reeves Kevin Kellys Out of Control, The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World und Dylan Evans' Arbeiten zur evolutionären Psychologie. Das Hauptdarstellerensemble durchlief intensives Martial-Arts-Training mit dem Choreografen Yuen Wu-Ping für die aufwendigen Kampf-Szenen des Films. The Matrix war ein kritischer und kommerzieller Erfolg und wurde als einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten gefeiert. Kenneth Turan von der Los Angeles Times beschrieb ihn als einen Bild-siniastischen-futuristischen Thriller, obwohl er einige Schwächen im Dialog bemerkte. Janet Maslin von der New York Times lobte Reeves als einen auffallend schicken Prada-Model eines Action-Helden und hob die Martial-Arts-Stunts als das stärkste Merkmal des Films hervor. The Matrix gewann vier Academy Awards, darunter bester Schnitt und beste visuelle Effekte. Nach dem Erfolg von The Matrix entschied sich Reeves, nicht sofort einen weiteren Blockbuster zu verfolgen. Stattdessen spielte er 2000 in der leichtfüßigen Sportkomödie The Replacements mit, wobei er auf eine Gehaltskürzung verzichtete, um Gene Hackman als Co-Star zu ermöglichen. Im selben Jahr erschien Reeves widerwillig im Thriller The Watcher, in dem er einen Serienmörder darstellte. Er behauptete, ein Freund habe seine Unterschrift auf dem Vertrag gefälscht und er habe teilgenommen, um rechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Der Film wurde negativ bewertet. Er hatte auch eine Nebenrolle im Thriller The Gift im Jahr 2000, in dem er an der Seite von Cate Blanchett spielte, die eine Frau mit Extrasensory Perception darstellt. Der Film spielte weltweit 44 Millionen Dollar ein und erhielt gemischte Kritiken. Paul Clinton von CNN fand Reeves' Leistung gelegentlich mangelhaft. 2001 erkundete Reeves verschiedene Genres, beginnend mit dem romantischen Drama Sweet November, einem Remake des Films von 1968. Die erneute Zusammenarbeit mit Charlize Theron wurde schlecht aufgenommen. Dessen Thompson von der Washington Post kritisierte die klischeehafte Erzählung, lobte jedoch Reeves für seine anhaltende Sympathie. Anschließend trat Reeves 2001 in Hardball auf, einer Sportkomödie basierend auf Daniel Coils Buch Hardball, A Season in the Projects. Er spielte Connor O'Neill, einen problemhaften Mann, der ein Little League Team aus einem Chicagoer Wohnprojekt trainiert. Roger Ebert erkannte den Ehrgeiz des Films an, schwierige Themen anzusprechen, fand jedoch, dass Reeves' Leistung an Tiefe vermisste. Bis 2002 hatte Reeves professionelle Musikkarriere mit der Auflösung seiner Band Dogstar, die zwei Alben veröffentlicht hatte, Our Little Visionary und Happy Ending geendet. Er trat kurzzeitig mit einer anderen Band, Becky, auf, bevor er 2005 aufhörte, um sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Reeves kehrte zu seiner ikonischen Rolle als Neo in den Fortsetzungen The Matrix Reloaded und The Matrix Revolutions zurück, die beide 2003 veröffentlicht wurden. Die Dreharbeiten für die Fortsetzungen fanden direkt nacheinander statt, überwiegend in den Fox Studios in Australien. The Matrix Reloaded erhielt überwiegend positive Kritiken und wurde für seine Spezialeffekte und Actionsequenzen gelobt. Einige Kritiker fanden jedoch Reeves' Leistung hölzern. Der Film spielte weltweit 739 Millionen Dollar ein. The Matrix Revolutions erhielt gemischte Kritiken. Während die Spezialeffekte gelobt wurden, wurde bemängelt, dass visuelle Effekte die Charakterentwicklung in den Hintergrund drängten. Dennoch erzielte der Film weltweit 427 Millionen Dollar an den Kinokassen. Im Jahr 2003 beendete Reeves das Jahr mit der romantischen Komödie Something's Got a Gift, in der er an der Seite von Jack Nicholson und Diane Keaton spielte, in der Rolle des Doktors. Julian Mercer erhielt Reeves positive Kritiken und der Film wurde allgemein gut aufgenommen. Trotz einer erfolgreichen Karriere ist Keanu dafür bekannt, ein vom Kummer geprägtes Leben geführt zu haben. Wie kam es dazu? Schauen Sie weiter, um mehr Details zu erfahren. Keanu Reeves und River Phoenix entwickelten eine enge Freundschaft, nachdem Phoenix' Bruder Joaquin sie einander vorgestellt hatte, obwohl sie nur zwei Filme zusammen gemacht hatten. Ihre Bindung wurde tragischerweise jäh beendet, als Phoenix 1993 an einer Überdosis starb. Reeves lernte Joaquin Phoenix, damals noch Leaf genannt, während der Dreharbeiten zum Film Parenthood von 1989 kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Reeves bereits ein etablierter Schauspieler, nachdem er 1984 seine Karriere begonnen und in Filmen wie Gefährliche Liebschaften 1988 und Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit 1989 mitgewirkt hatte. In Parenthood spielte Reeves den Freund von Phoenix damaliger Freundin Martha Plimpton, die im Film schwanger war. River Phoenix erzählte in einem Interview, dass sein Bruder Leaf und Plimpton bereits Freunde von Reeves waren, bevor er ihn kannte. Die beiden Schauspieler trafen sich schließlich 1990 am Set von I Love You to Death, wo Phoenix sofort eine Sympathie für Reeves entwickelte und ihn als eine Art älteren Bruder beschrieb, obwohl Reeves kürzer war. Ihre Zusammenarbeit setzte sich 1991 mit Gus Van Sands, mein eigener Private Idaho, fort. Beide Schauspieler waren begeistert von dem Projekt und einigten sich darauf, dass keiner mitwirken würde, wenn der andere nicht mitmachen würde. Phoenix erinnerte sich an ihre Begeisterung und betonte ihr gemeinsames Engagement für den Film. Während der Dreharbeiten zu Mein eigener Private Idaho wuchs die Nähe zwischen dem Cast, darunter Reeves, Phoenix, Flea von den Red Hot Chili Peppers und anderen außergewöhnlich stark. Sie übernachteten oft bei Van Sands und schliefen auf Futons, während sie spät in der Nacht in der Garage Musik machten. Sie verbrachten viele Stunden damit, über das Leben und die Welt um sie herum zu sprechen. Reeves bewunderte Phoenix für seine tiefgründigen Fragen und seinen einzigartigen Arbeitsstil, der Reeves dazu anregte, kreativer und leidenschaftlicher zu werden. Phoenix' Fähigkeit, Reeves zum Lachen zu bringen und ihn zwischen den Szenen wohlfühlen zu lassen, festigte ihre Verbindung weiter. Ihr leichtes Geplänkel führte oft dazu, dass sie einander die Sätze vollendeten und sie scherzten sogar darüber, gemeinsam Shakespeare aufzuführen, wobei Phoenix humorvoll den Wunsch äußerte, Juliet zu spielen. Über ihre gemeinsame Zeit reflektierte Reeves 2014. Die Gelegenheit, mit ihm zu spielen, sein Partner in Gus Van Sands Welt zu sein, war eine wunderbare Erfahrung. Es herrschte ein großartiges Gefühl der Gemeinschaft, Energie und Erkundung. Im Mittelpunkt stand River. Keanu Reeves und River Phoenix verband eine tiefe Freundschaft aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrung und ähnlichen Persönlichkeiten. Beide hatten in der Kindheit Schwierigkeiten und fanden sich zu vergleichbaren Zeitpunkten in ihrer Schauspielkarriere wieder. Sie waren gleichermaßen unsicher im Umgang mit Ruhm und hatten wenig Interesse an dem glamourösen Lebensstil, den er oft mit sich bringt. Spirituell auf einer Wellenlänge hatten sowohl Reeves als auch Phoenix ein starkes Verlangen nach Philanthropie und ein gemeinsames Ziel, einen positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Sie bevorzugten es, interessante Charaktere zu spielen, statt sich den Mainstream-Erwartungen zu beugen. Tragischerweise musste Reeves nach dem frühen Tod von Phoenix den Ruhm alleine bewältigen. Während der Dreharbeiten zu Speed erhielt Reeves die verheerende Nachricht. Trotz seiner Trauer setzte er seine Karriere fort, die sich auf eine Weise entwickelte, die dem Verlauf von Phoenix-Karriere hätte entsprechen können. Zusammen hätten sie Großartiges erreicht, nicht als Rivalen, sondern als Begleiter in der Branche. Ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen war, wie sie mit den Schwierigkeiten der Welt umgingen. Phoenix neigte oft dazu, in Wut und dem Gewicht des globalen Leidens aufzugehen, während Reeves einen anderen Umgang fand. Im Jahr 2019, am Jahrestag von Phoenix Tod, veröffentlichte seine Schwester Rain ihr erstes Album River. Über das, was Phoenix für ihn bedeutete, sagte Reeves gegenüber People, River zu begegnen war eine Offenbarung, sowohl als Mensch als auch als Künstler. Sein wohlwollendes Wesen und sein strahlender Geist zusammen mit seiner Intelligenz, seinem Interesse, seinem Witz und Humor inspirierten. Er schien das Enttäuschende und das Fehlerhafte in einer weltlichen oder jenseitigen Weise zu hinterfragen und strebte einfach danach, es besser zu machen, aktiv besser zu machen. Ob in einem Gespräch, einem Lied, den Spielte, den Geschichten, die er erzählte, seiner Freundschaft, seiner Familie, seinem Engagement, seiner Liebe. Er war da. Er versuchte es. Ein wunderschöner, außergewöhnlicher Mensch. Licht. Im selben Jahr sagte Reeves dem Irish Times, dass Phoenix definitiv einer meiner engsten Freunde aus dieser Generation gewesen sei. Wir teilten eine kreative Sensibilität. River war einfach so bodenständig, spirituell und ein einzigartiger Künstler. Ja, ich vermisse ihn. Jennifer Syme war die Assistentin von David Lynch, als sie Keanu Reeves auf einer Party traf, die von seiner Plattenfirma für seine Band Dogstar veranstaltet wurde. Ihre Verbindung war sofort stark, was zu einer schnellen und leidenschaftlichen Romanze führte. Bekannt für seine stark private Natur, besonders in Bezug auf sein Liebesleben, brach Reeves mit seiner üblichen Zurückhaltung und zeigte sich offen mit Syme als seiner Freundin, was er lange Zeit nicht getan hatte. Die Beziehung des Paares schien vielversprechend, nahm jedoch schnell eine tragische Wendung. Nur ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung wurde Syme schwanger mit ihrem ersten Kind. Tragischerweise wurde ihre Tochter Ava in der achten Woche tot geboren, ein verheerender Schlag, von dem keiner von ihnen sich vollständig erholen konnte. Die immense Trauer belastete ihre Beziehung, was zu ihrer Trennung nur wenige Wochen nach ihrem Verlust führte. Wenn ihre Geschichte hier geendet hätte, wäre sie bereits tief traurig gewesen, aber noch mehr Kummer kam auf. Syme kämpfte, um den Verlust ihres Kindes zu bewältigen und ihr Leben nahm einen Abwärtsstrudel. In der Nacht des 1. April 2001 besuchte sie eine Party bei Marilyn Manson. Nach starkem Alkoholkonsum brachte ein Freund sie nach Hause, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Später in dieser Nacht entschied Syme jedoch, zur Party zurückzukehren. Sie setzte sich betrunken ins Auto, ohne sich anzuschnallen. In den frühen Stunden des 2. April verlor Jennifer Syme die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Unfall war tödlich. Ohne Sicherheitsgurt wurde sie teilweise aus dem Auto geschleudert und starb sofort bei dem Aufprall. Die Nachricht von ihrem Tod fügte Reeves eine weitere Schicht unvorstellbaren Kummers hinzu. Nach dem Vorfall befragten Ermittler Reeves über Symes letzte Tage. Während der Ermittlungen enthüllte Reeves, dass er und Syme ihre Beziehung wieder neu aufzubauen. Sie hatten begonnen Hoffnung und Richtung zu finden, als das Schicksal grausam eingriff. Der Einfluss von Symes Tod war tiefgreifend. Reeves war als Träger bei ihrer Beerdigung dabei, einer ernsten Veranstaltung, die von engen Freunden wie David Lynch und Dave Navarro besucht wurde. Die Prozession war ein Zeugnis der tiefen Verbindungen, die Syme geknüpft hatte und der Liebe, die sie umgab. Für Reeves markierte dies ein weiteres Kapitel tiefgreifenden Verlustes in seinem Leben. Er hatte bereits den verheerenden Tod seines engen Freundes River Phoenix, die Todgeburt seiner Tochter und nun den tragischen Verlust seiner geliebten Partnerin erlebt. Trauer war zu einem wiederkehrenden Thema in Reeves Leben geworden, das seine Perspektive und seine Lebensweise prägte. Trotz dieser enormen persönlichen Verluste ließ Reeves sich nicht von Verzweiflung überwältigen. Stattdessen nahm er seine Trauer an, nutzte sie, um seine Empathie und Mitgefühl zu stärken. Seine Erfahrungen mit Verlust vertieften sein Verständnis für die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Bedeutung von Freundlichkeit und Verbindung. In Interviews hat Reeves oft über den Einfluss der Trauer auf sein Leben gesprochen und reflektiert, wie diese Erfahrungen ihn geprägt haben. Seine Resilienz im Angesicht solch tiefgreifender Traurigkeit ist zu einem prägenden Aspekt seiner öffentlichen Persönlichkeit geworden, der bei Fans und Bewunderern weltweit Anklang findet. Durch seine Arbeit und sein Handeln ehrt Reeves weiterhin die Erinnerungen an diejenigen, die er verloren hat und verkörpert eine stille Stärke und anhaltendes Mitgefühl, das viele inspiriert. In den 1990ern, während Keanu Reeves in Hollywood als Filmstar aufstieg, kämpfte sein Vater Sam Reeves mit schweren Suchtproblemen, die ihn auf einen zerstörerischen Weg führten. Seine Probleme gipfelten in rechtlichen Schwierigkeiten, als die Behörden ihn wegen illegalen Substanzbesitzes und Vertriebsfestnahmen, was zu einer zehnjährigen Haftstrafe führte. Trotz seiner problematischen Beziehung zu seinem berühmten Sohn versuchte Sam über die Jahre hinweg mehrere Male Keanu zu erreichen, um Unterstützung und Versöhnung zu suchen. Keanu entschied sich jedoch, sich von seinem Vater zu distanzieren, insbesondere nach dessen Inhaftierung, die ihn zu nahe traf. Die angespannte Beziehung zwischen Keanu und Sam Reeves wurde von der Presse aufgegriffen und führte zu Anfragen von Reportern über die Familiendynamik. Keanus Großmutter väterlicherseits, als sie nach ihm gefragt wurde, gab traurig an, dass er sich distanziert habe und Sams Bitten um Hilfe nicht beantwortet habe. Die Situation war für die Familie tief schmerzhaft und spiegelte den Riss wider, der sich über Jahre hinweg durch angespannte Interaktionen und ungelöste Probleme entwickelt hatte. Keanus Gefühle gegenüber seinem Vater waren spürbar, obwohl er allgemein für sein ruhiges Wesen bekannt ist. In einem seltenen Moment, in dem das Thema in einem Interview angesprochen wurde, äußerte Keanu tiefe Wut und Enttäuschung und betonte seine Abneigung gegenüber der Drogenabhängigkeit seines Vaters. Drogen sind wirklich böse, erklärte Keanu leidenschaftlich. Mein Vater handelte mit dem Tod und er verdient es im Gefängnis zu verrotten, bis seine Strafe vorbei ist, damit niemand an den Drogen stirbt, die er verkauft. Diese offene Äußerung bot Einblicke in die Tiefe von Keanus Emotionen für seine Entfremdung von seinem Vater. Wie ging Keanu mit dem mehrfachen Verlust und der Trauer um? Finden wir es heraus. Reeves hat bewusst eine Grenze zwischen seinem privaten Leben und seiner öffentlichen Persona gewahrt. Doch in einem offenen Gespräch mit dem Guardian enthüllte er, wie seine eigenen Lebenserfahrungen seine Darstellung von John Wick tiefgreifend beeinflussten. Wenn ich eine Rolle angehe, erläuterte Reeves, betrachte ich die Rolle, wie sie auf der Seite geschrieben ist, die Vision des Regisseurs und meine eigenen Lebenserfahrungen. Er teilte offen, dass seine persönliche Auseinandersetzung mit Verlust eine entscheidende Rolle dabei spielte, die emotionale Tiefe zu gestalten, die er in die Figur des John Wick einbrachte. Im Umgang mit dem Thema Trauer erklärte Reeves ein tiefes Interesse an deren Darstellung sowohl in fiktiven Erzählungen als auch in realen Erfahrungen. Trauer dreht sich grundlegend um die anhaltende Liebe, die man für die Person empfindet, die man verloren hat, reflektierte er und betonte, dass die Verbindung zu dieser Liebe Trost inmitten des Schmerzes bieten kann. Er unterstrich, dass Trauer nicht etwas ist, über das man einfach hinwegkommt. Vielmehr wird sie in das Leben integriert, ihre Intensität schwankt im Laufe der Zeit, bleibt jedoch immer präsent. Reeves introspektiver Ansatz hebt sein ausgeprägtes Bewusstsein für die Komplexität und Universalität von Trauer hervor. Er erkannte die gesellschaftlichen Herausforderungen, an denen Männer oft gegenüberstehen, wenn es darum geht, ihre Emotionen offen zu diskutieren, und verwies auf Studien, die zeigen, wie Männer es besonders schwierig finden, Trauer aufgrund kultureller Normen und Erwartungen zu navigieren und auszudrücken. Durch seine Reflexionen beleuchtet Reeves nicht nur seine persönliche Verbindung zu den von ihm gespielten Charakteren, sondern bietet auch tiefgreifende Einblicke in die menschliche Erfahrung des Umgangs mit Verlust. Seine Bereitschaft, diese tiefen Emotionen zu erkunden, bereichert seine Darstellung und findet Anklang bei einem Publikum, das ebenfalls mit ähnlichen Gefühlen von Trauer und Schmerz gerungen hat. Keanu Reeves unterstützt aktiv verschiedene wohltätige Zwecke. Als Reaktion auf den Kampf seiner Schwester gegen Leukämie gründete er eine private Krebsstiftung, die sich der Unterstützung von Kinderkrankenhäusern und der Finanzierung von Krebsforschung widmet. Reeves engagiert sich bei Camp Rainbow Gold, einer Kinderkrebsstiftung in Idaho und bringt seine Zeit als Freiwilliger ein. Für seine Beiträge wurde er von OncoDaily als einer der 100 einflussreichsten Prominenten in der Onkologie ausgezeichnet. Trotz seines finanziellen Erfolgs hat Reeves erklärt, dass Geld nicht sein Hauptfokus ist. Berichte, dass er einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus der Matrix-Reihe gespendet habe, sind übertrieben. Stattdessen verhandelte er über höhere Budgets für Spezialeffekte anstelle von Gewinnbeteiligungen an den Fortsetzungen. Bekannt für seine Großzügigkeit schenkte Reeves einmal 20.000 Dollar an ein Crewmitglied, das während der Dreharbeiten familiäre Schwierigkeiten hatte. Für The Matrix Reloaded überraschte er das Stunt-Team mit personalisierten Harley-Davidson-Motorrädern als Zeichen der Wertschätzung. Neben seiner Schauspielerei gründete Reeves die Firma Company Films und die ARCH Motorcycle Company, was seine Leidenschaften für Filmproduktion und Motorräder widerspiegelt. In Zusammenarbeit mit anderen, darunter die Künstlerin Alexandra Grant gründete er auch Ex-Artists Books, ein Verlagsunternehmen. Reeves hat zwei Bücher veröffentlicht, Ode to Happiness und Shadows, die seine Schriften zusammen mit Grants Kunstwerken und Fotografien zeigen. In einem Artikel der Time im Jahr 2005 bezeichnete Lev Grossman Keanu Reeves als Hollywoods ultimative Introvertierte. Er wurde als sowohl arbeitsam als auch charmant beschrieben, aber gleichzeitig äußerst schüchtern. Regisseur Francis Lawrence lobte Reeves während der Dreharbeiten zu Konstantin als arbeitsam und großzügig. Co-Star Shia LaBeouf, obwohl er eng mit Reeves zusammenarbeitete, gab zu Ich habe ein Jahr und ein paar Monate mit ihm gearbeitet, aber ich kenne ihn eigentlich nicht so gut. Reeves Agent und Manager seit er 16 war, Erwin Stoff von 3 Arts Entertainment, beschrieb ihn als sehr private Person, die Abstand von anderen hält. Im Jahr 2023 bemerkte Lawrence Fishburne, der häufig mit Reeves zusammenarbeitet, er ist freundlicher, ja, er ist viel freundlicher, als man sagt. Er ist ein sehr sanfter, hochintelligenter Mann, wirklich nachdenklich und begabt und unglaublich geduldig. Ja, er hat viel Anmut, Keanu. Aziz Ansari, der Reeves in Good Fortune Regie führte, bemerkte humorvoll, er ist tatsächlich ein Engel. Er tut nur so, als wäre er ein Mensch für all diese anderen Rollen. In einem Interview mit People im Jahr 2024 beschrieb Hiroyuki Sanada Reeves als sehr bescheiden. sehr freundlich zu anderen, aber sehr streng zu sich selbst. Sanada stellte fest, Reeves versucht immer sein Bestes zu geben, höher zu zielen, weiterzukommen. Zu Reeves Karriereerfolgen gehören Auftritte in der Forbes-Liste der 100 einflussreichsten Prominenten in den Jahren 2001 und 2002, ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame im Jahr 2005 und erhebliche Einnahmen aus der Matrix-Reihe, bei denen er Berichten zufolge bis 2016 etwa 250 Millionen Dollar verdient haben soll, was ihn zu einem der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods machte. Zuletzt sprach Reeves in einem Interview mit Jimmy Fallon 2017 humorvoll über die Verschwörungstheorie, dass er geheimunsterblich sei. Reeves erkannte Ähnlichkeiten in seiner Erscheinung mit historischen Figuren wie Karl dem Großen und scherzte »Wir haben eine Ähnlichkeit in den Augen und der Nase und dem Schnurrbart und dem Bart und den Wangenknochen und der Stirn.« Auf die Frage nach dem Altern während einer Q&A-Veranstaltung für John Wick Kapitel 4 antwortete Reeves spielerisch »Ja, Mann, ich altere. Ich wirklich. Ich altere. Es passiert, Mann. Danke fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unser Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Sehen Sie sich auch ein weiteres interessantes Video an, indem Sie auf das nächste Video auf Ihrem Bildschirm klicken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.